Das neue Handbuch der biblischen Prophetie Vorwort Das vorliegende Buch ist eine vollständige, überarbeitete und erweiterte Fassung des Buches Die Wiedergeburt Jerusalems. Es behandelt prophetische Themen der Bibel. Die Beschäftigung mit diesen Texten ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein wenig in Verruf geraten, weil hierüber sehr viel spekuliert wurde und noch immer wird. Insbesondere in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden einschlägigen Bibeltexten von nicht wenigen Auslegern Bedeutungen zugewiesen, die die Bibel so nicht enthält. Diese vermeintlichen Prophetien mussten von ihren Verfassern zum Teil mühsam und peinlich widerrufen oder zumindest korrigiert werden. Dies hat dazu geführt, dass sich vielfach Zuhörer enttäuscht von dem Thema Prophetie abgewandt haben. Zeitgenössische Theologen hingegen haben sich auf die Erforschung des historischen und zeitgenössischen Umfelds der Bibel, der Archäologie und der sprachwissenschaftlichen Befunde der Texte zurückgezogen. Bezüglich prophetischer Aussagen zeigen sie sich im Allgemeinen sehr zurückhaltend, was angesichts der in der Vergangenheit zum Teil unrühmlichen Entwicklungen durchaus nachvollziehbar ist. Aber man soll das Kind auch nicht mit dem Bade ausschütten. In dem Bewusstsein, mit meinem Buch also in ein kleines Wespennest hineinzustoßen, habe ich mich dennoch entschlossen, es zu schreiben. Ich meine nämlich, Zusammenhänge gefunden zu haben, die durchaus des Nachdenkens wert sind. Insbesondere die Frage nach der Wiedergeburt im Alten Testament ist meines Erachtens ungelöst, was für mich aber mehr als verwunderlich ist, weil es sich um eine sogenannte heilsnotwendige Glaubenstatsache handelt. Warum wissen wir so wenig darüber? Von Zeit zu Zeit habe ich im Rahmen meiner Predigtdienste über diese Themen gesprochen. Allerdings ist es da nicht immer möglich, die zum Teil komplexen Sachverhalte und Zusammenhänge für alle Zuhörer verständlich darzustellen. Außerdem gibt es ja auch noch andere, wichtigere biblische Themen, mit denen sich ein Christ beschäftigen kann und soll. Daher möchte ich das vorliegende Buch nutzen, um diese meine Sichtweisen ausführlich darzulegen, soweit mir das als Nicht-Theologe möglich ist. Das vorliegende Buch führt also tiefer in zum Teil bekannte und teilweise neue biblische Zusammenhänge ein und will die absolute Zuverlässigkeit der Bibel aufzeigen. Unbiblische Spekulationen über Gottes Wort mag ich nicht. Die vertiefte Beschäftigung mit biblischen Themen hingegen schon. Vorausgesetzt, sie orientieren sich an der Bibel und ihren Aussagen und sind sauber argumentiert. Ich meine, das Buch ist noch nicht ganz fertig. Möglicherweise wird es später um noch fehlende Themen ergänzt werden. Ich möchte aber dennoch wagen, das, was ich bis jetzt gefunden habe, zu veröffentlichen, da die Bibel ohnehin niemals erschöpfend auszulegen ist. Ich wünsche allen Lesern viel Gewinn und Gottes Segen beim Studieren des vorliegenden Buches. Möge es dazu dienen, den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus weiter zu festigen. Im November 2018 Anmerkung Alle Bibelzitate werden nach der Textfassung der Lutherbibel mit dem Text von 1912 zitiert, in der noch die alte deutsche Rechtschreibung verwendet wird. Wo eine andere Übersetzung gewählt wurde, wird dies im Text vermerkt. Teile des Buches finden Sie als Video in YouTube unter den Begriffen die Wiedergeburt Jerusalems, das Standbild Nebukadnezars und andere. Kapitel 1 Die Wiedergeburt in neuem Licht In diesem Kapitel wird gezeigt, dass die Verheißung der Wiedergeburt zunächst allein der Stadt Jerusalem galt. Sie wird am Ende der Gemeindezeit wiedergeboren werden. Das heißt, dass alle Einwohner der Stadt an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Dieser Tag markiert das Ende und den gleichzeitigen Abschluss der neutestamentlichen Gemeinde. Die Wiedergeburt ist mit und neben der Botschaft der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi das Wichtigste, was die Bibel enthält. Zur Rettung, zum Heil, zur Erlösung bedarf es unbedingt dieser beiden Dinge. Nämlich sowohl der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi als auch der Wiedergeburt. Die Kreuzigung Jesu Christi ist geschehen, unabhängig davon, ob die Welt dies glaubt oder nicht. Es ist eine unumkehrbare Tatsache. Die Kreuzigung Jesu Christi könnte man also als das objektive Heil bezeichnen. Aber zur Rettung des Menschen bedarf es auch des persönlichen Glaubens, mithin also der Wiedergeburt. Damit wäre die Wiedergeburt also das subjektive Heil in Christus. Golgatha als unumstößliches Faktum, sowie die Wiedergeburt als Lebens- und Heilswirklichkeit sind die beiden zentralen Themen des Neuen Testaments. Kein Wunder also, dass Jesus beide Themen mit Nicodemus in Johannes 3 bespricht. Immer, wenn heute in Gemeinden und Kirchen über Glauben und Wiedergeburt gepredigt wird, gehört Johannes 3 unabdingbar dazu. Sehr viel ist also über diese Bibelstelle gearbeitet, geschrieben und gepredigt worden. Viele sind durch diese Bibelstelle zum Glauben gekommen. Sie ist also sehr bekannt und man glaubt vielfach hier nichts Neues mehr entdecken zu können. Alles scheint gesagt und erklärt worden zu sein. Aber gerade hier liegt der Schlüssel zur Beantwortung sehr vieler ungelöster Fragen. In den folgenden Kapiteln werden wir uns also auf die Suche nach alttestamentlichen Bibelstellen machen, die von der neutestamentlichen Wiedergeburt handeln bzw. diese ankündigen. Diese alttestamentlichen Bibelstellen sind ganz andere als die bislang hierzu zitierten aus Hesekiel. Die neutestamentliche Wiedergeburt wird im Alten Testament ganz einfach mit dem Bild der Geburt oder einer Schwangerschaft oder auch mit Geburtswehen umschrieben. Es gibt im Alten Testament viele Frauen, die aufgrund von göttlicher Verheißung ein Kind entbunden haben, obwohl sie entweder unfruchtbar oder schon viel zu alt für eine Geburt oder beides waren. Diese Ereignisse sind Bilder für die neutestamentliche Wiedergeburt im Alten Testament. Wir kommen später noch einmal hierauf zurück. Daneben finden wir weitere Bilder, denn immer wenn Jerusalem von einem Fremden her belagert wurde und das geschah dreimal, haben die Propheten von Schwangerschaft, Geburt oder von Geburtswehen geweissagt. Die drei Belagerungen waren der sogenannte Syro-Ephraimitische Krieg im Jahr 734 v. Chr., die Belagerung durch die Assyrer im Jahr 701 v. Chr. und die Belagerung durch die Babylonier im Jahr 586 v. Chr. Alle drei Belagerungen werden wir im Folgenden noch genauer kennenlernen. Wir werden finden, dass alle diese Stellen in engster Verbindung zueinander stehen. Wir werden sehen, dass Jerusalem, die Tochter Zion, zu Pfingsten vor 2000 Jahren schon einmal geboren hat und dass der Stadt Jerusalem eine erneute Geburt, eine Wiedergeburt für das Ende der Gemeindezeit vorhergesagt ist, die gleichzeitig den Abschluss der neutestamentlichen Gemeinde darstellen wird. In dieser Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel sind wir Christen aus den Nationen der Welt durch Gottes Gnade eingebunden und ihrer Segnungen teilhaftig geworden. Kapitel 1.1 Ein denkwürdiges Nachtgespräch In Johannes 3 wird berichtet, dass Nikodemus nachts zu Jesus kommt, um mit ihm zu reden. Er beginnt mit den Worten Jesus antwortet ihm wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ab diesem Punkt übernimmt Jesus die Führung des Gesprächs und redet von zwei Dingen. Erstens vom Geheimnis der Wiedergeburt und zweitens von Golgatha, nämlich von der Erhöhung der Schlange in der Wüste. Denn er sagt in Vers 14 folgende Diese beiden Punkte waren die beiden Kernthemen der Unterredung Jesu mit Nikodemus, die Wiedergeburt und Golgatha. Die Erhöhung der Ehrenschlange in der Wüste durch Mose ist ein Bild auf die Kreuzigung Jesu Christi, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Das Bild der Ehrenschlange Jesus öffnet Nikodemus so den Blick für die tiefere Bedeutung dieser alttestamentlichen Begebenheit als einer Vorhersage auf die Kreuzigung Jesu Christi. Aber für die Wiedergeburt gibt der Nikodemus kein Bild aus dem Alten Testament. Jesus belässt diese Sache bis heute unbeantwortet und es wird unsere Aufgabe sein, in der Schrift zu untersuchen, ob und wo wir die Wiedergeburt im Alten Testament finden können und welche Bedeutung sie für unseren Glauben und für die Auslegung weiterer Bibeltexte hat. Nikodemus muss die alttestamentlichen Schriften sehr gut gekannt haben. Denn Jesus nennt ihn einen oder sogar den Lehrer Israels. Aber Nikodemus kannte nicht die vorausweisende Bedeutung der Erhöhung der Ehrenschlange auf die Kreuzigung Jesu. Ebenso wenig wusste Nikodemus von der Wiedergeburt. Weil Nikodemus das Gespräch mit Jesus mit den Worten beginnt, wir wissen, wer du bist, fordert Jesus ihn als Lehrer des Wortes heraus. Nikodemus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus war mit dieser Aussage vollkommen überfordert. Er hatte bisher nichts von einer Wiedergeburt gehört. Es war ihm fremd, obwohl er ein Lehrer der Schrift war. Deshalb wirft Jesus ihm vor, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Du weißt nichts von der Wiedergeburt. Und weiter, du bist ein Lehrer in Israel und weißt nichts vom Kreuz von Golgatha. Jesus tadelt Nikodemus also mit den Worten, dass er speziell in seiner Eigenschaft als Lehrer, beziehungsweise sogar als der Lehrer Israel, nichts von der Wiedergeburt wisse. Woher aber sollte Nikodemus als Lehrer Israels von der Wiedergeburt wissen, wenn nicht aus der Heiligen Schrift, beziehungsweise genauer aus dem Alten Testament? Also muss die Wiedergeburt im Alten Testament vorhergesagt worden sein. Jesus öffnet nicht nur Nikodemus, sondern auch uns die Augen für die Geheimnisse des Alten Testaments und erklärt, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Sicherlich ist das ein außerordentlich hoher Anspruch, den Jesus an die Bibelkenntnis und das Verständnis von Nikodemus stellt. Aber Nikodemus begann ja das Gespräch mit den Worten, wir wissen, du bist, worauf Jesus sinngemäß antwortet, ihr könnt nichts wirklich wissen und erkennen, außer wenn ihr von Neuem geboren worden seid. Und dann fordert Jesus Nikodemus geradezu heraus und zeigt ihm, wie das Alte Testament gelesen und verstanden werden soll. Nikodemus meint zwar zu wissen, dass Jesus ein von Gott gesandter Lehrer wäre, aber er erkennt ihn nicht in seiner tatsächlichen Eigenschaft als Gottes Sohn. Jesus als das fleischgewordene Wort und somit auch Eigentümer des Wortes unterweist Nikodemus, den Lehrer Israels, und gibt ihm sehr deutlich zu verstehen, wer von beiden das Wort Gottes wirklich kennt. Was für ein Gespräch! Wenn aber Jesus Nikodemus wegen seiner Unkenntnis über die Wiedergeburt tadelt, dann muss die Wiedergeburt im Alten Testament erwähnt sein, sonst macht sein Tadel keinen Sinn. Dann stellt sich aber sofort die Frage, wo im Alten Testament ist die Wiedergeburt angedeutet? Weil es für uns einfacher verständlich ist, werden wir zunächst nach Bibelstellen suchen, die die Kreuzigung im Alten Testament vorhersagen. Danach tun wir genau das Gleiche mit der Wiedergeburt. So kann nachvollzogen werden, dass wir bei der Suche nach der Wiedergeburt im Alten Testament nach den gleichen Regeln vorgehen und gar nichts anderes machen, als wir das auch bei der Suche nach Golgatha getan haben, nämlich die Bibel und zwar speziell das Alte Testament mit Gottes Geist zu lesen und zu verstehen. Wo ist also Golgatha im Alten Testament zu finden? Aufgrund der Aussage Jesu in Johannes 3 muss Golgatha im Alten Testament vorausgesagt oder vorausgeschattet sein und tatsächlich gibt es sehr viele alttestamentliche Bibelstellen hierzu. Wenn Isaak das Brandopferholz auf dem Berg Moria trägt, wenn beim Auszug Israels aus Ägypten Blut an die Türpfosten gestrichen wird, wenn der Priester seine Hand auf den Kopf eines Ziegenborgs legt, um die Sünden des Volkes auf ihn zu übertragen, wenn im Alten und im Neuen Testament steht, dass verflucht ist, wer am Holz hängt, wenn der Priesterdienst und die Opfervorschriften beschrieben werden, durch die Erhöhung der Ehrenschlange und so weiter und so fort. Diese Stellen sind uns alle sehr gut bekannt. Sie sind unter anderem der Grund, warum wir Christen sind und keine Juden. Bei allen diesen Stellen sind aber keine wörtlichen Erwähnungen der Kreuzigung Jesu auf dem Golgatha-Felsen in Jerusalem enthalten, sondern es sind lediglich Bilder, sogenannte Allegorien oder Typologien, die ausgelegt und erklärt werden müssen. Das gleiche gilt, wenn wir im Alten Testament vorhersagen, auf die Wiedergeburt suchen. Auch hierzu werden wir Bilder, also Allegorien und Typologien finden. Eines der wichtigsten und sinnfälligsten Bilder für die neutestamentliche Wiedergeburt im Alten Testament ist zum Beispiel das der Schwangerschaft. Eine Frau gebiert trotz Unfruchtbarkeit oder trotz hohen Alters ein Kind, das Gott ihr verheißen hat. Auf diese Art von Bildern müssen wir uns bei unserer Suche also einstellen und beginnen unsere Untersuchung des Alten Testaments mit einer Bibelstelle im Propheten Hesekiel, der in diesem Zusammenhang regelmäßig zitiert wird. Kapitel 1.2 Die Wiedergeburt in Hesekiel So gut wie alle Bibelausleger, die sich zur Wiedergeburt äußern und deren Vorhersage im Alten Testament zeigen wollen, verweisen auf Hesekiel 11 und Hesekiel 36. In Hesekiel 11, Vers 19 steht, Und ich will euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe und ein fleischernes Herz geben, auf das sie nach meinen Sitten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. In Hesekiel 36, Vers 26 steht, Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Weitere Bibelstellen zur Wiedergeburt sind aus dem Alten Testament eigentlich nicht bekannt. Die beiden oben genannten Bibelstellen können durchaus auf die Wiedergeburt ausgelegt werden, das allerdings nur mittelbar. Denn ein Mensch, der im neutestamentlichen Sinn von Gott ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen hat, ist nach biblischem Maßstab Christ. Wenn er Christ ist, ist er auch wiedergeboren. So weit, so gut. Aber diese Art der Argumentation ist lediglich ein mittelbarer Rückschluss auf die neutestamentliche Wiedergeburt. Warum? Weil das oben genannte Bild der Geburt in den beiden Hesekielstellen keine Erwähnung findet. In Hesekiel 11 und in Hesekiel 36 geht es eigentlich um Herztransplantation und Geistesgabe, aber nicht um Geburt. Das macht deren Auslegung auf die neutestamentliche Wiedergeburt und insbesondere auf das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus schwierig bis unmöglich. Denn Jesus sagt zu Nikodemus nicht, dass er ein neues Herz oder einen neuen Geist brauche. Dann wäre Nikodemus sicherlich Hesekiel eingefallen, weil er als Lehrer Israels ganze Passagen der Schrift auswendig gekannt haben muss. Aber das sagt Jesus nicht. Er sagt etwas gänzlich anderes. Jesus sagt, dass Nikodemus komplett neu, nämlich ganz neu geboren werden müsse. Diese Aussagen haben Nikodemus vollkommen überfordert. Wenn aber Jesus die Stelle in Hesekiel nicht gemeint hat, sollten wir sie in dem Thema auch nicht zitieren. Damit bleibt dann aber die Frage nach der Wiedergeburt im Alten Testament unbeantwortet. Wenn das so ist, wissen wir auch 2000 Jahre nach Nikodemus nicht mehr als er. Erstaunlich, oder? Hilfsweise wird noch eine weitere Bibelstelle zitiert und das ist Hesekiel 37. Dort steht, Das Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, Ihr verdorrten Gebeine, höret das Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich Weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich Weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich Weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum Weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Oden in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Auch diese Stelle spricht davon, dass Gott seinen Geist in Menschen, hier speziell in sein Volk Israel, hineinlegen will. Noch einmal, wenn ein Mensch im neutestamentlichen Sinn Gottes Geist erhalten hat, dann ist er Christ und damit auch von Neuem geboren. Aber auch in diesem Text, in Kapitel 37, ist nichts von Geburt zu finden. Also bietet auch Ezekiel 37 keine befriedigende Antwort auf unsere Frage. Im Text steht zudem wiederholt, dass sie wieder lebendig werden. Das heißt, Israel war tot und wird wieder lebendig werden. Wenn aber ein Mensch im neutestamentlichen Sinn durch den Geist Gottes von Neuem geboren wird, dann wird er nicht wieder lebendig, sondern dann wird er zum ersten Mal lebendig. Vor seiner Wiedergeburt war er tot in seinen Sünden, so sagt die Schrift. Er war also nicht lebendig, starb und wurde durch seine Wiedergeburt wieder lebendig, sondern er findet durch seine Wiedergeburt zum allerersten Mal zu einem neuen Leben in Christus. Zudem spricht die Bibelstelle aus Ezekiel 37 von einer Art Wiederauferstehung. Sie passt also auch aus diesem Grund nicht zur neutestamentlichen Wiedergeburt. Die Wiederauferstehung, die Ezekiel 37 beschreibt, betrifft das Volk Israel, das im tausendjährigen Reich wieder gesammelt und in sein Land kommen soll. Denn Israel wird noch einmal unter die Völker zerstreut werden. Aber dazu später. Vers 12b sagt, Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Die Verse beziehen sich also nicht auf eine persönliche neutestamentliche Wiedergeburt, die Jesus mit Nikodemus in Johannes 3 besprochen hat, sondern auf die Rückführung des Volkes Israel aus den Völkern der Welt. Hier ist im Übrigen auch nicht von einer Wiedergeburt des Staates Israel die Rede. Von einer Wiedergeburt Israels spricht die Bibel an keiner Stelle. Obwohl dies immer wieder in christlichen Kreisen zitiert wird. Soweit zu Hesekiel. Es wird immer deutlicher, dass wir von der Wiedergeburt letzten Endes genauso wenig wissen wie Nikodemus. Obwohl es sich bei Johannes 3 um eine der prominentesten Bibelstellen der Christenheit überhaupt handelt, wir uns als Wiedergeboren bezeichnen und der Begriff der Wiedergeburt seit 2000 Jahren in der Christenheit bekannt ist. Wenn aber die Wiedergeburt zur persönlichen Erlösung so wichtig ist, warum wissen wir so wenig darüber? Kapitel 1.3 Die Wiedergeburt im Alten Testament Wenden wir uns jetzt einem alttestamentlichen Text zu, der tatsächlich von der Wiedergeburt handelt, wenn auch in einer für unsere neutestamentlichen Ohren zunächst befremdlichen Form. Der Text handelt von der Belagerung Jerusalems unter dem König Hiskia und steht in 2. Könige 19. Die biblische Beschreibung der Belagerung Jerusalems zur Zeit Hiskias und auch zur Zeit seines Vaters des Königs Ahas ist sehr geheimnisvoll und bis heute nicht abschließend geklärt, weshalb sich viele Vermutungen um diese Bibelstellen ranken. Die Texte, die die Belagerungen Jerusalems zum Inhalt haben, machen einen nicht unwesentlichen Anteil des vorliegenden Buches aus und werden im Detail zu untersuchen sein. Im Jahr 701 vor Christus wurde Jerusalem von einem General des assyrischen Königs Sanherib, dem sogenannten Rapschaken, belagert. Das assyrische Weltreich wuchs und dehnte sich mächtig aus. Es hatte in den Monaten und Jahren zuvor schon sehr viele Länder besiegt und deren Bevölkerung deportiert, darunter auch das Nordreich Israel. Gleiches galt für das Südreich Judah. Es war besiegt und teilweise deportiert, sodass die Stadt Jerusalem allein übrig blieb. Nun also zog der assyrische Feldherr mit 185.000 Soldaten nach Jerusalem hinauf und belagerte die Stadt, um sie als letzte, noch verbliebene Bastion einzunehmen. Das ist die ganze Geschichte in Kurzform. Der biblische Bericht der Belagerung Jerusalems durch die Assyrer ist, bis auf eine Ausnahme, die einzige Begebenheit im Alten Testament, die dreimal erwähnt wird, nämlich in Jesaja 36, in 2. Könige 18 und 19 und in 2. Chronik 32. Offensichtlich war diese Begebenheit Gott sehr wichtig. Aber warum? Lesen wir 2. Könige 18, Vers 13 folgende. Im 14. Jahr aber des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, wieder alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Erzkämmerer und den Erzschenken von Lachis zum König Hiskia mit großer Macht gegen Jerusalem. Und sie zogen herauf. Und da sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teiches, der da liegt an der Straße bei dem Acker des Walkmüllers, und riefen nach dem König. Da kam heraus zu ihnen El-Jakim, der Sohn Hilkias, der Hofmeister, und Sebna, der Schreiber, und Joa, der Sohn Asafs, der Kanzler. Und der Erzschenke sprach zu ihnen, sag doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Trotz, darauf du dich verlässt? Meinst du, es sei noch Rat und Macht zu streiten? Worauf verlässt du dich denn, dass du mir abtrünnig geworden bist? Siehe, verlässest du dich auf diesen zerstoßenen Rohrstab auf Ägypten, welcher, so sich jemand darauf lehnt, wird er ihm die Hand durchbohren? Also ist Pharao der König in Ägypten allen, die sich auf ihn verlassen. Ob er aber wollte zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott, ist denn ich der, dessen Höhen und Altäre Hiskia hat abgetan und gesagt zu Judah und zu Jerusalem, vor diesem Altar, der zu Jerusalem ist, sollt ihr anbeten? Wohl an, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben, ob du könntest Reiter dazu geben. Wie willst du denn bleiben vor der geringsten Hauptleute einem von meines Herrn untertanen? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Reiter willen? Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat's mich geheißen, ziehe hinauf in dies Land und verderbe es. Da sprach Eliakim, der Sohn Hilkias und Sebna und Joa zum Erzschenken, rede mit deinen Knechten auf Syrisch, denn deine Knechte verstehen es und rede nicht mit uns auf Jüdisch vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Aber der Erzschenke sprach zu ihnen, hat mich denn, mein Herr, zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede? Und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Haaren saufen? Also stand der Erzschenke auf und redete mit lauter Stimme auf Jüdisch und sprach, hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König, lasst euch Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten von meiner Hand. Und lasst euch Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, dass er sagt, der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Gehorche Hiskia nicht, denn so spricht der König von Assyrien, nehmt an meine Gnade und kommt zu mir heraus. So soll jedermann von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Lande gleich ist, darin Korn, Most, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. So werdet ihr leben bleiben und nicht sterben. Gehorche Hiskia nicht, denn er verführt euch, dass er spricht, der Herr wird uns erretten. Haben auch die Götter der Heiden ein jeglicher sein Land errettet von der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter zu Hamad und Arpad? Wo sind die Götter zu Sephavaim, Hena und Iwa? Haben sie auch Samaria errettet von meiner Hand? Wo ist ein Gott unter aller Lande Göttern, die ihr Land haben, von meiner Hand errettet, dass der Herr soll die Jerusalem von meiner Hand erretten? Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König hatte geboten und gesagt, antwortet ihm nichts. Da kamen Eliakim, der Sohn Hilkiahs, und Sebna, der Schreiber, und Joa, der Sohn Asafs, der Kanzler, zu Hiskia, mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm an, die Worte des Erzschenken. Da der König das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn und sandte Eliakim, den Hofmeister, und Sebna, den Schreiber, samt den Ältesten der Priester, mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amods, und sie sprachen zu ihm, So sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und ist keine Kraft da, zu gebären. Diese Rede hat der Feldherr des assyrischen Königs Sanherib, der sogenannte Rapschake, bei der Belagerung der Stadt Jerusalem gehalten. Sie gehört sicherlich zu den ausgefeiltesten und klügsten Reden, die die Bibel enthält. Sie sollte den Widerstand der Einwohner in Jerusalem brechen, damit die Assyrer die Stadt Jerusalem kampflos einnehmen konnten. Hiskia war mit 27 Jahren Alleinherrscher von Judah geworden und hatte sich zu Gott hingewendet. Er hatte die Götzentempel und die Anbetung fremder Götter auf den Höhen untersagt und die Anbetungsstätten fremder Götter aus Israel entfernen lassen. Aber der Widerstand des Feindes in politischer und vor allem in geistlicher Hinsicht ließ nicht lange auf sich warten und nun stand der assyrische General mit seinem übermächtigen Heer vor der Stadtmauer. Kapitel 1.4 Die Erlösung der Stadt durch Gottes Macht In der auf die Belagerung folgenden Nacht sandte Gott einen Engel, der 185.000 assyrische Soldaten umbrachte. In der profanen Geschichtsliteratur sind die Belagerung Jerusalems und der erfolglose Abzug der Assyrer sehr gut dokumentiert. Gleichzeitig ist bis heute ungeklärt, warum der assyrische General Jerusalem nicht eingenommen hat. In keinem einzigen Geschichtsbuch wird diese Frage beantwortet, obwohl sie sehr wohl von den Autoren der Bücher gestellt wird. Wahrscheinlich ist es zu wenig wissenschaftlich, diese Frage mit dem Eingreifen des Engels zu beantworten, aber wie schon gesagt, Gott war dieses Ereignis offensichtlich besonders wichtig, denn es ist dreimal in der Bibel zu finden. Kapitel 1.5 Ein ungewöhnliches Gebet Hiskias Kommen wir nun zum Kerngedanken der ganzen Geschichte, der gleichzeitig auch Ausgangspunkt für unsere weitere Betrachtung sein wird. Wir werden jetzt von den üblichen Auslegungen der Bibel Abstand nehmen. Wir entfernen uns damit nicht von der Schrift selbst, aber wir müssen gängige Auslegungen hinterfragen und einige neue Fragen an die Bibel stellen, die so bislang nicht gestellt wurden, sich aber dennoch aufdrängen. Wir werden nach Antworten suchen, die in den landläufigen Auslegungen bislang leider nicht oder nicht abschließend beantwortet wurden. Die Ergebnisse, die wir finden werden, werfen wiederum viel Licht auf weitere Bibelstellen, die so überhaupt erst verständlich werden. Im Endergebnis verdeutlicht dies die unbedingte Verlässlichkeit und erstaunliche Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Warum redet Hiskia so seltsame und für die damalige Situation unpassende Dinge? Er betet in 2. Könige 19, Vers 3, Das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und ist keine Kraft da zu gebären. Was meint Hiskia mit der Aussage, die Kinder sind gekommen an die Geburt? Und was bedeutet, es ist keine Kraft da zu gebären? Bei der Belagerung Jerusalems durch Sanherib ging es schließlich um Leben und Tod. Warum aber redet Hiskia vom Geborenwerden? Auf den ersten Blick scheint das ein recht seltsames, ja fast ein unsinniges Gebet zu sein. Es wäre doch sehr viel einsichtiger, wenn Hiskia über die notvolle Belagerung klagen und Gott bitten würde, ihn und sein Volk schnell zu retten. Das tut Hiskia aber nicht. Stattdessen sorgt er sich in einer solch dramatischen Kriegssituation um eine offensichtlich nicht gelingende Geburt. Warum aber war das Hiskias Problem? Und was genau meinte er damit? Warum war Gott diese Begebenheit so wichtig, dass er sie im Alten Testament dreimal aufschreiben ließ? Der Grund dafür ist der, dass durch Hiskias Gebet eine der wichtigsten heilsgeschichtlichen Wendepunkte in Gottes Handeln an seinem Volk Israel und an der Welt vorhergeschattet wird, das der kommenden Wiedergeburt Jerusalems. Es ist eine der Bibelstellen, auf die Jesus Nikodemus in Johannes 3 angesprochen hat. Aber das schauen wir uns gleich noch mal genauer an. Zumindest handelt der Vers in 2. Könige 19, Vers 3 nun tatsächlich von Geburt. Es ist ein Bild auf die neutestamentliche Wiedergeburt, eine geistliche Geburt, die zunächst allein Jerusalem, der Königstadt Jesu Christi, verheißen und vorbehalten war und ist. Zion wird in Wehen kommen und Wiedergeburt erleben. Das klingt für unsere Ohren zunächst fremd, wird aber im Verlauf des Buches noch deutlicher werden. Zunächst stellen wir fest, dass wir hier nun tatsächlich eine Bibelstelle im Alten Testament vor uns haben, die von Geburt spricht, und zwar in einer sehr geheimnisvollen Weise. Die Bibelstelle in 2. Könige 19 ist eine Prophetie für die Zeit des Endes der neutestamentlichen Gemeinde. Hiskia vergleicht die Angst der Bewohner Jerusalems während der Belagerung mit Geburtswehen. Wenn Zion aber damals schon in Wehen kam, hat sie auch geboren? Nein, denn damals war keine Kraft dazu. Wenn Jerusalem hingegen in der neutestamentlichen Endzeit erneut in Wehen kommt, wird sie dann gebären? Der Prophet Mischal sagt dazu in Kapitel 5, Vers 3, dass er, Gott, sie, Zion, plagen lässt, bis auf die Zeit, dass die so gebären soll, nämlich Zion, geboren habe. Das wiederum lässt darauf schließen, dass Jerusalem, der einst nicht allein Wehen bekommen wird, sondern schlussendlich auch gebiert, zur Wiedergeburt, als er zum Glauben an Jesus Christus kommt, und das am Ende der Gemeindezeit. Wann genau das sein wird und wie das geschieht, ist Inhalt der folgenden Kapitel. Kapitel 1.7 Resümee Halten wir zunächst einmal folgendes fest. Die Bibel enthält im Alten Testament Bibelstellen, die die Kreuzigung Jesu vorhersagen. Viele davon sind uns bestens bekannt. Allerdings sind es allesamt lediglich Bilder, also Typologien oder Allegorien. Golgatha oder der Kreuzestod Jesu Christi, wie uns das das Neue Testament eröffnet, werden im Alten Testament noch nicht wörtlich genannt, sondern nur bildhaft angedeutet. Denn Jesus erwähnt gegenüber Nikodemus die Aufrichtung der Ehrenenschlange in der Wüste durch Mose und deutet sie als Vorhersage und Beispiel für seine Kreuzigung. Es hilft also nichts, im Alten Testament wortwörtlich die Bezeichnungen Golgatha oder Kreuzigung zu suchen, sondern wir müssen nach Typologien und Allegorien suchen und sie geistlich deuten. Wenn wir solche Bilder auf die Kreuzigung suchen, finden wir neben der in der Wüste erhöhten Schlange auch noch weitere. Wenn Isaac das Brandopferholz auf den Berg Moria trägt, wenn beim Auszug aus Ägypten Blut an die Türpfosten gestrichen wird, wenn in 5. Mose 21 steht, verflucht ist, wer am Holz hängt, die unterschiedlichen Opfervorschriften, der Sündenbock, der sogenannte Asaseel und so weiter. Genau das Gleiche und nichts anderes haben wir in einem zweiten Schritt mit der Wiedergeburt versucht. Auch für die Wiedergeburt finden wir im Alten Testament unerwartet viele Stellen. Aber es sind lediglich Bilder und Gleichnisse, die wir finden, die erst noch auf die neutestamentliche Wiedergeburt gedeutet und angewendet werden müssen. Um den Gedankengang hier nicht zu unterbrechen, sind die wesentlichen Bibelstellen in einem späteren Kapitel aufgelistet. Um es aber noch einmal ganz deutlich zu sagen, die Wiedergeburt, die wir in Bildern im Alten Testament angedeutet finden, ist dieselbe, von der Jesus in Johannes 3 spricht und die Paulus und alle Apostel im Neuen Testament meinen. Diese Wiedergeburt war zunächst allein der Stadt Jerusalem verheißen. Aber es ist die gleiche neutestamentliche Wiedergeburt, von der Jesus mit Nikodemus sprach. Denn als Jerusalem vor 2000 Jahren seinen König verwarf und kreuzigen ließ, ging Gott zu den Völkern der Welt und beschenkt bis heute jeden Einzelnen, der sich im Glauben an Jesus Christus wendet, mit der Wiedergeburt. Nun wird deutlich, welch hohen Anspruch Jesus an Nikodemus stellte. Denn selbst heute, viele Jahrhunderte später, verstehen wir die Rede Jesu in Johannes 3 trotz ausgeprägtem Bibelwissen kaum besser als Nikodemus, obwohl es neben Golgatha das wichtigste Verkündigungsthema ist. Denn Golgatha ist, wie schon gesagt, das objektive Heil, während die Wiedergeburt das subjektive Heil ist. Golgatha ist ein für allemal geschehen, ob die Welt daran glaubt oder nicht. Golgatha ist geschehen und nicht mehr rückgängig zu machen. Es ist eine objektive Heilstatsache Gottes. Die Wiedergeburt hingegen ist das, was ein Mensch erlebt, wenn er sich im Glauben an Jesus Christus wendet. Deshalb ist der Glaube personell und damit subjektiv, also das subjektive Heil. Daneben haben wir bei genauerer Analyse der Schriftstellen eine Besonderheit entdeckt. Die Stellen, die im Alten Testament von Geburt oder Geburtswehen handeln, stehen allesamt im Zusammenhang mit der Stadt Jerusalem und ganz besonders mit einer Belagerung der Stadt. Gleichsam werden die Schrecken der Belagerung mit den Wehen einer Schwangeren verglichen. Die Tochter Zion liegt in Wehen, soll gebären und wird das schlussendlich auch. Kapitel 1, Vers 8 Weitere Bibelstellen Schauen wir uns jetzt also weitere Bibelstellen im Alten Testament an, die tatsächlich von einer Geburt, mithin also von der Wiedergeburt sprechen. Es sind Bibelstellen, die zunächst ebenso ungewöhnlich anmuten, wie die Aussage Hiskias, aber auf den zweiten Blick gar nicht mehr so schwer zu verstehen sind. In Jeremia 4, Vers 31 steht Denn ich höre ein Geschrei als einer Gebärerin, eine Angst als einer, die in ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da klagt und die Hände auswirft, ach wehe mir, ich muss schier vergehen vor den Bürgern. Hier ist erneut von Geburt die Rede und zwar genau genommen von Geburtswehen. Es handelt sich um die Belagerung der Stadt Jerusalem durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus. Jeremia sieht in einer Vision die Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar und wieder wird die Angst der Einwohner während der Belagerung mit den Wehen einer Schwangeren verglichen, also ganz ähnlich wie bei Hiskia. Belassen wir es zunächst ohne weitere Erläuterung bei der Erwähnung dieses Verses und suchen noch einige andere Bibelstellen, in denen wir Ähnliches finden, denn diese ist bei weitem nicht die einzige. In der Zusammenschau wird dann schneller deutlich, wohin uns die Reise führen wird. Denn einige Seiten weiter beschreibt Jeremia erneut ein seltsames Phänomen. Schmerzen und Wehen sollen die Stadt Jerusalem befallen. Auch hier geht es im Zusammenhang mit der Angst vor der bevorstehenden Belagerung durch die Babylonier um Geburtswehen. In Jeremia 22, Vers 23 steht Offensichtlich wird hier der stolzen und untreuen Stadt Jerusalem Gericht angedroht. Dies deutet auf Kriegshandlungen gegen Jerusalem hin. Die Schrecken und die Angst der Belagerten werden erneut mit den Schmerzen und Wehen bei einer Geburt verglichen. Jeremia 30, Vers 6 und 7 Wir hören ein Geschrei des Schreckens. Nur Furcht ist da und kein Friede. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen und es ist eine Zeit der Angst für Jakob, doch soll ihm daraus geholfen werden. Können Männer gebären? Nein. Aber Jeremia sieht in seiner Vision schwangere Männer und staunt nicht schlecht darüber. Können Sie die Bibelstelle erklären? Ich konnte das bislang nicht. Diese Begebenheit ist ungefähr so ungewöhnlich wie die Jungfrauengeburt Marias. Aber schauen wir weiter. Jeremia vergleicht die Angst der Einwohner Jerusalems bei der Belagerung durch die Babylonier wiederum mit den Wehen einer Frau vor der Geburt. Erstaunlicherweise decken sich die Aussagen aus Jeremia und diejenigen aus 2. Könige 19 dahingehend, dass beide die Belagerung der Stadt Jerusalem mit Geburtswehen in Verbindung bringen. Erinnern wir uns an das, was Hiskia sagte. Das ist ein Tag der Not, des Scheltens und Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und ist keine Kraft da, zu gebären. Diese Botschaft lässt Hiskia an Jesaja überbringen, als Sanherib bzw. dessen Feldherr die Stadt Jerusalem belagert und das Nordreich Israels bereits erobert und nach Assyrien in die Verbannung geschickt worden war. In unserem Zusammenhang wird jetzt erneut deutlich, dass es sich bei den genannten Bibelstellen um prophetische Bilder für die Wiedergeburt handelt. In diesen Bibelstellen geht es tatsächlich um Geburt, genauer um ein Bild für die neutestamentliche Wiedergeburt im Alten Testament. Es ist ein neutestamentliches Geheimnis, das schon im Alten Testament angedeutet ist. Diese und andere Bibelstellen meint die Jesus, wenn er Nikodemus vorwirft, nichts von der Wiedergeburt zu wissen. Was für ein hoher Anspruch an dessen Bibelkenntnis und an die unsere. Kapitel 1.9 Die Erläuterung und Auslegung der Fundstellen Offensichtlich steht Jerusalem in einer besonders engen Beziehung zur Wiedergeburt, denn alle Stellen im Alten Testament stehen in direkter Verbindung zu Jerusalem und zu deren Belagerung. Der Prophet Misha sagt zudem, dass er, Gott, sie, also Zion, plagen lässt bis auf die Zeit, dass die so gebären soll, geboren habe. Diese Schrift prophezeit uns hier also, dass Jerusalem nicht nur in Wehen kommt, sondern auch gebären wird. Das Jerusalem gebiert ist zweifelsohne schon einmal geschehen, denn in Apostelgeschichte 2 wird berichtet, wie zu Pfingsten in Jerusalem der Geist Gottes zunächst auf die Jünger herabkommt und durch deren Verkündigung viele tausend Menschen zum Glauben, nämlich zur Wiedergeburt gefunden haben. Zion gebiert. Pfingsten ist also eine Vorerfüllung der alttestamentlichen Verheißungen in 2. Könige 19 von einer Wiedergeburt in Jerusalem oder wie wir es in diesem Buch nennen der Wiedergeburt Jerusalems. Warum ist das aber nur eine Vorerfüllung? Weil Jerusalem zu Pfingsten nicht belagert war. Die Stadt befand sich in mehr oder minder friedlichen Verhältnissen unter römischer Regierung. In den Stellen des Alten Testaments werden die Wehen aber durch Belagerungen der Stadt Jerusalem und die damit verbundene Angst unter der Bevölkerung hervorgerufen. Stets handelt es sich um eine allegorische Umschreibung, in der eine Frau, die Tochter Zion, in heftigen Wehen liegt. Wenn Jerusalem zu Pfingsten vor 2000 Jahren aber nicht belagert war, dann hätte die Tochter Zion damals eine Geburt erlebt ohne Wehen. Kann das sein? Erstaunlicherweise ja. Denn gerade das schreibt Jesaja in Kapitel 66, Vers 7 bis 9. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Wart ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr? Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott. Zion hat Kinder geboren, ohne Belagerungswehen gehabt zu haben, oder genauer gesagt, ohne dass sie Wehen hatte. Dieses Wort aus Jesaja hat sich vor rund 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem erfüllt, denn damals geschah Wiedergeburt in Zion, ohne dass Jerusalem belagert gewesen wäre. Sicherlich, die Römer hatten Israel und Jerusalem besetzt. Aber zu Pfingsten war die Stadt nicht in einen Krieg verwickelt. Damit können wir Jesaja 66 so deuten, dass diese Bibelstelle Pfingsten vorhersagt. Aber es steht noch eine weitere Erfüllung dieser Vorhersage aus, denn in den Versen steht, dass sie geboren hat, bevor sie Wehen bekam. Das wiederum lässt darauf schließen, dass Jerusalem noch einmal Wehen bekommt und dann auch noch einmal gebären wird, nämlich am Ende der Gemeindezeit. Kapitel 1, Punkt 10 Die Wehen in Jesu Endzeitrede Durchaus interessant ist in dem Zusammenhang, dass auch Jesus in seinen Endzeitreden von Wehen gesprochen hat. In Matthäus 24, Vers 4 bis 8 steht, Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Hier steht im griechischen Odinai, das heißt Geburtswehen. Auch Jesus sprach also von Geburtswehen in seiner Endzeitrede. Geburtsschmerzen, Wehen, die bei einer Belagerung, die auch heute noch zukünftig ist, eintreten werden und die zur Wiedergeburt der Stadt Jerusalem an einem einzigen Tag führen. Markus 13, Vers 8 sagt, Und es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten, und es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Sollte Gott, wenn er Wehen kommen lässt, nicht auch zum Durchbruch verhelfen und gebären lassen, wie Jesaja sagt, sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr, sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen? Nein, das wird der Herr nicht tun. Er wird diese Stadt am Ende der Gemeindezeit noch einmal in Wehen führen und quasi als krönenden Abschluss der Gemeindezeit zur Wiedergeburt kommen lassen. Das ist genau das, was wir bisher anhand der Bibel nachvollzogen haben, und hier schließt sich der Kreis der Argumentation. Kapitel 1, Punkt 11 Vorläufige Zusammenfassung Fassen wir das bisher Gesagte nochmals zusammen. Im Alten Testament ist die Geburt, die Wiedergeburt, schon gleichnisshaft als Verheißung enthalten, und sie steht ausschließlich im Zusammenhang mit der Stadt Jerusalem. Die Wehen sind ein Bild auf die Angst der Eingeschlossenen bei der Belagerung der Stadt durch einen Feind. Wir werden später noch genauer sehen, wer belagert und wer belagert wird. Jerusalem ist also zum einen eine Geburt mit Wehen und zum anderen eine Geburt ohne Wehen verheißen. Eine Vorerfüllung, also die Geburt ohne Wehen, fand vor rund 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem statt. Die Enderfüllung, also eine Geburt mit Wehen, steht noch immer aus. Die Belagerung Jerusalems zur Zeit Hiskias ist also ein prophetisches Bild auf eine noch zukünftige Belagerung der Stadt. Eine Belagerung also, die auch heute noch zukünftig ist. Die Angst bei der Belagerung umschreibt die Bibel mit Wehen. Die Wiedergeburt der Stadt Jerusalem mit einer Geburt. Warum aber war zur Zeit Hiskias keine Kraft da? Zur Zeit Hiskias konnten die Bürger Jerusalems nicht zur Wiedergeburt kommen, weil der Geist Gottes, der allein die Wiedergeburt ermöglicht, erst zu Pfingsten, also ca. 730 Jahre später, ausgegossen wurde. Deshalb sagt Hiskia prophetisch, es ist keine Kraft da zur Geburt. Die Kinder kamen also zur Zeit Hiskias durch die Angst während der Belagerung durch die Assyrer in Angst und Wehen und somit bis an die Geburt heran, weiter aber nicht. Wäre zur Zeit Hiskias der Geist Gottes bereits ausgegossen gewesen, dann wäre Jerusalem schon damals wiedergeboren worden. So aber lässt die Verheißung noch auf sich warten. Würde hingegen Jerusalem heute belagert und käme so in Wehen, wäre der Geist Gottes bereits seit 2000 Jahren ausgegossen und Zion könnte jederzeit zur Geburt, zur Wiedergeburt im neutestamentlichen Sinn kommen. Es wird jetzt deutlich, dass die Bibel bis in einzelne Worte hinein zuverlässig ist. Beim ersten Lesen waren die Worte Hiskias noch unverständlich. Jetzt aber können wir sie verstehen. Wir haben jetzt die anfangs gestellte Frage nach der Bedeutung der geheimnisvollen Botschaft Hiskias an Jesaja und nach dem Thema der Wiedergeburt im Alten Testament beantwortet. Einzig mit dieser Sichtweise kann die Aussage Hiskias verstanden und erläutert werden. Hiskias redete prophetisch. Das Wort Gottes musste also genauso sperrig und unverständlich abgeschrieben und überliefert werden, wie wir es heute in 2. Könige 19 vorfinden. Wie gut, dass sich die Juden nicht dazu haben hinreisen lassen, diese Verse zu glätten oder durch unangebrachte und womöglich irreführende Erklärungsversuche zu verschlimmbessern. Wir dürfen daher vermuten, dass auch andere Bibelstellen, die vielleicht jetzt noch unverständlich sind, genauso verfasst sein müssen, wie die Heilige Schrift sie uns überliefert. Womöglich fehlt lediglich hier und dort noch das rechte Licht zum Verständnis. Der Stadt Jerusalem steht laut Altem und Neuem Testament also noch eine Belagerung bevor. Hiskia hat die damalige Belagerung als Vorbild und Gleichnis für die Erfüllung am Ende der Gemeindezeit erlebt. Er rief damals, die Kinder sind gekommen an die Geburt und es ist keine Kraft da zu gebären, weil der Geist Gottes erst Jahrhunderte später ausgegossen wurde. Jetzt wird auch deutlich, warum diese Begebenheit der Belagerung Jerusalems unter Hiskia dreimal in der Bibel erwähnt wurde. Denn sie kündigt die Wiedergeburt der Gemeinde Jesu Christi für Jerusalem an und Paulus hat als Heidenapostel verstanden, dass diese Wiedergeburt aus Gottes Gnade auch für alle Völker der Welt möglich sein würde. Gottes Wort ist wahr. Kapitel 1.13 Retrospektive Das ist ein sehr unerwartetes und absolut erstaunliches Ergebnis dafür, dass die oben vorgenommene Auslegung lediglich mit einigen schlichten Fragen zu Johannes 3 begonnen hat. Wir haben also erstaunlich große Beute gemacht. Es ging uns bei der Untersuchung des Alten Testaments überhaupt nicht darum, prophetische oder endzeitliche Aussagen zu finden, sondern wir haben lediglich über das Kreuz von Golgatha und die Wiedergeburt nachgedacht. Die Kreuzigung Jesu und die Wiedergeburt sind aber die beiden grundlegenden Säulen des Heils. Es geht hier also nicht um nachgeordnete Themen der Bibel, sondern um zentrale, weil heilsnotwendige Lehraussagen des Neuen Testaments, die das persönliche, ewige Heil des Menschen betreffen. Denn die Rettung des Menschen ist nicht möglich ohne Golgatha und es ist auch nicht möglich ohne die persönliche Wiedergeburt. Unerwartet gelangen wir nun aber in äußerst weitreichende prophetische und zum Teil endzeitliche Aussagen, die zunächst unglaublich und neu erscheinen, sich aber eindeutig und nachvollziehbar aus dem Wort Gottes ergeben. Für mich ist es immer wieder neu, eine große Freude, dass der Schlüssel zu all diesen Textstellen nicht aus angestrengter Intelligenz oder Spezialauslegungen prophetischer Passagen der Bibel herrührt, sondern ganz schlicht in Johannes 3 seinen Ausgang nimmt. Wir haben lediglich nach der Wiedergeburt gefragt, also nach etwas durchaus heilsnotwendigem und damit nach einem absolut zentralen Glaubensinhalt. Aber wir sind auf ein großes Geheimnis gestoßen, das der Wiedergeburt Jerusalems am Ende der Gemeindezeit. Das Wissen hierüber erschließt uns nun all diese wunderbaren Dinge und, wie wir bald sehen werden, noch sehr viel mehr. Erst wenn die Belagerung Jerusalems unter Hiskia oder auch zur Zeit Jeremias mit der neutestamentlichen Wiedergeburt in Verbindung gebracht wird, bekommen die Bibelstellen Sinn. Das ist unbestritten. Hiskia und Jeremia haben die Worte prophetisch ausgesprochen und aufgeschrieben und sie klingen derart fremdartig, dass sie den Leser geradezu stutzen und vermuten lassen, dass sie sich bei dieser Begebenheit um etwas wirklich Besonderes handeln muss und das tut es auch. Denn, wie schon erwähnt, ist zumindest die Belagerung Jerusalems unter Hiskia das einzige geschichtliche Ereignis, das in der Bibel dreimal Erwähnung findet, in Jesaja 36, in 2. Könige 18 und in 2. Chroniker 29 bis 32 Auch für die Auslegung der Endzeitreden Jesu, der beiden Thessalonischer Briefe, sowie einer ganzen Menge weiterer Bibelstellen hält dieses Wissen den Schlüssel zum Verständnis bereit, aber dazu später mehr. Kapitel 1.14 Schlussfolgerung Am Ende der Gemeindezeit, wenn wahrscheinlich viele Hunderttausende und vielleicht Millionen Christen aus allen Nationen wiedergeboren wurden, wird als Abschluss und vielleicht dürfen wir sagen als Krönung noch die gesamte Stadt Jerusalem an einem einzigen Tag zur Wiedergeburt, das heißt zum Glauben an Jesus Christus kommen. Denn wer von Neuem geboren ist, gehört zur Gemeinde Jesu Christi. Gott macht zwischen Juden und Nichtjuden keinen Unterschied. Wenn Gott uns Menschen aus den unreinen Nationen zu seinem Volk nimmt, warum sollte er das am Ende der Gemeindezeit nicht auch mit seiner Stadt Jerusalem tun? Sicherlich besteht der vermutlich größere Teil der neutestamentlichen Gemeinde aus nichtjüdischen Gläubigen aus den Nationen. Aber die Nichtjuden wurden in den guten Ölbaum eingepflanzt. Die Gemeinde nahm nämlich zu Pfingsten in Jerusalem ihren Anfang und sie wird dort auch ihren Abschluss finden. Wann dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems kommen wird, wissen wir nicht und es gebührt uns auch nicht zu wissen, sagt Jesus, denn das weiß allein der Vater. Wenn aber dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems eintrifft, ist das sicher ein Meilenstein in der Endzeitgeschichte Gottes. Allerdings wird Jerusalem vor dem allen in einen notvollen Belagerungszustand geraten und sich erst dann zu Jesus Christus bekehren. Wir lesen im Alten Testament viel von solchen Belagerungen. Israel wird an einen trügerischen Frieden glauben und mitten in diesem Frieden steht unerwartet ein fremder König vor den Toren Jerusalems und belagert die Stadt. In diesen Geburtswehen wird sich an einem Tag die ganze Stadt zu Jesus Christus bekehren. Diese wiedergeborenen Menschen aus Jerusalem gehören durch ihren Glauben an den Sohn Gottes ebenfalls zur Leibesgemeinde Jesu. Davon haben wir ja oben schon geschrieben. Selbst wenn uns das auf den ersten Blick ein wenig ungewöhnlich vorkommt. In diesem Zusammenhang ist es unbedingt wichtig zu erwähnen, dass es eben nicht um eine Wiedergeburt des Staates Israel geht, wie dies häufig behauptet wird. Es geht vielmehr die Stadt Jerusalem und deren Wiedergeburt. Das aber wird leider oft durcheinander geworfen, sodass diese ungenaue Lesart bei der Deutung endzeitlicher Texte zu falschen Ergebnissen und damit zu unrichtigen oder zumindest ungenauen Auslegungen führt. Abschließend soll noch ein meines Erachtens in diesem Zusammenhang wichtiger Vers aus Sahaja 12 betrachtet werden. In Vers 7 steht und der Herr wird zuerst die Hütten Judas erretten, auf das sich nicht hoch rühme das Haus David noch die Bürger zu Jerusalem wieder Judah. Die hauptsächlichen Orte des Wirkens Jesu waren Judah und Samaria. Dort bekehrten sich Menschen zu dem Sohn Gottes, während die Stadt Jerusalem der Ort war, wo der Herr gehasst und schließlich auch gekreuzigt wurde. Während die einfachen Leute aus den Hütten Judas oder den Zelten Judas sich zum Herrn Jesus bekehrten und errettet wurden, lehnten die aus dem Haus David und die Bürger zu Jerusalem, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, den Herrn ab. Das war am Anfang der Gemeindezeit. Am Ende der Gemeindezeit aber wird sich, wie wir oben gesehen haben, auch das anfangs widerspenstige Jerusalem in großer Not zu Jesus Christus bekehren. So errettete der Herr zuerst die Hütten Judas und zwar am Anfang der Gemeindezeit vor 2000 Jahren und am Ende der Gemeindezeit schließlich errettet er auch noch die Bürger zu Jerusalem und das Haus David, dann nämlich, wenn sich ganz Jerusalem in der Endzeit zu Jesus Christus bekehrt und wieder geboren wird. Im folgenden Vers steht Aber über das Haus David und die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets und sie werden mich ansehen welchen sie zerstochen haben. Sie werden ihn also Jesus sehen und weinen. Wäre das das Sehen wenn er kommt um zu richten würden sie zittern vor Angst. Hier aber weinen sie vor Trauer wie um einen ersten Sohn wenn sie in der Stunde ihrer Wiedergeburt erkennen dass der Messias vor 2000 Jahren in ihrer Stadt umgebracht wurde. Auch die Bibel betont die besondere Stellung Jerusalems Jerusalems Vergleich zum jüdischen Umland denn das Haus David und die Bürger zu Jerusalem werden in Sahaja 13 Vers 1 noch einmal ausdrücklich von denen Kapitel 12 Vers 12 erwähnten getrennt beschrieben als die die einen offenen Born wieder die Sünde und Unreinigkeit haben. Diese Stelle wird oft auf uns Nationen Christen angewandt und das mit gutem Grund denn die Wiedergeborenen haben bereits heute schon diesen reinigenden Born im Blut Jesu Christi. Am Ende der Gemeindezeit aber werden ihn auch das Haus David und die Bürger zu Jerusalem haben, die dann ebenfalls Glieder der Gemeinde Jesu sind. Auf diese Stellen spricht Jesus Nikodemus in Johannes 3 an, wenn er zu ihm sagt, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? All dies erscheint vielleicht auf den ersten Blick neu und fremd, aber war es für die Juden nicht genauso fremd von Paulus zu hören, dass auch die Christen aus den Nationen mit eingeleibte in der Gemeinde Jesu und seine Hausgenossen sein sollten? Da aber diese Verheißung nach biblischer Reihenfolge zuerst den Juden vorbehalten ist und dann auch den Heiden wie Paulus formuliert, ist es nicht mehr als billig, wenn auch die Juden in der letzten Zeit mit eingeleibte und Hausgenossen sein werden, wenn sie in der Stunde ihre Wiedergeburt zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Im Prinzip ist das nichts anderes als die Umkehrung dessen, was Paulus im Epheserbrief schrieb. Was damals für die Heiden galt, gilt heute für Israel. Gott wendete sich damals zu den Nationen und bald wird er sich wieder seiner Stadt Jerusalem zuwenden. Jetzt wissen wir mehr als Nikodemus.